Langer Wunsch, Anna Adamian nach Babyparty total überwältigt. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Anna Adamians, 27, langer sehnter Kinderwunsch ging in Erfüllung. Die Germanys Next Topmodel-Bekanntheit wird Mama. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis sie ihr kleines Wunder in den Armen halten kann. Bis dahin zelebriert die Influencerin aber noch ihre Schwangerschaft, auch ihre Liebsten feiern sie auf dieser spannenden Reise. Sie schmissen ihr eine Babyparty und Anna ist total berührt von der Geste. Via Instagram meldet sich die Beauty zu Wort und schreibt rührende Zeilen. Früher durfte ich die Babypartys meiner Liebsten mit planen, jetzt habe ich selbst eine bekommen. Ich bin immer noch überwältigt von all der Liebe, Mühe und Emotionen. Ihre Freunde und Familie scheinen an wirklich alles gedacht zu haben. Es gab leckeren selbstgebackenen Kuchen, gebastelte Bilderrahmen, unglaubliches gutes Abendessen und viele Emotionen. Auch die ein oder andere Träne sei geflossen, weil ich einfach mal loslassen konnte. Anna drückte in dem Posting nun einmal mehr ihre Dankbarkeit aus und betonte, den Tag niemals vergessen zu werden. Auch ihre GNTM-Kollegin Betty Taube, 28, durfte bei der Party nicht fehlen. Liebevoll schmuste sie sich für ein Bild an Annas Bauch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017